Was geht Leute? Willkommen zu einem neuen Brawl Stars Video von mir. Freut mich, dass du eingeschaltet hast. Heute ist es endlich soweit Leute. Heute werde ich mir nach gefühlt einer Ewigkeit endlich den Brawl Pass kaufen. Und ja man, lasst alle einen Like da. Es wird nice. Wir werden ganz ganz viele Megaboxen und normale Boxen und Bigboxen und Pin-Pakete und alles mögliche ziehen. Also let's go. Wir switchen rüber. So Leute. Wir sind jetzt hier. Let's go. 24.736 Trophäen habe ich aktuell, Freunde. Und ich muss euch noch ganz kurz erzählen, wie hart ich heute verkackt habe. Ich habe heute die Nacht durchgemacht, weil vielleicht kennt ihr das. Ihr liegt im Bett. Ihr seid eigentlich gar nicht müde, aber es ist schon so spät, dass ihr euch hingelegt habt, um einzuschlafen, damit ihr noch rechtzeitig aufwacht und was vom Tag habt. Und so. Ich bin um 4 Uhr schlafen gegangen und ich konnte einfach wirklich 0% einschlafen. Ich lag ganze 2 Stunden lang im Bett. Hab dann einfach aufgegeben. Ich war schon sauer und dachte mir einfach, nein Digga, warum schlafe ich nicht ein? Ich mache jetzt einfach die Nacht durch. Scheiß Körper. Und Leute. Dann war ich bis 8.30 Uhr wach. Wollte dann das Brawl Stars Video aufnehmen, wo ich mir also jetzt den Brawl Pass kaufe und dann noch den Frank Skin, den Weihnachts Frank Skin kaufe und so weiter, weil der ja limitiert war und ich den unbedingt haben wollte. Aber ich wollte das mit diesem Video hier zusammen machen. Dann Leute, dachte ich mir, das war so dumm von mir, mache ich kurz ein Power Nap oder ich, ich habe keine Ahnung Digga, ich lag dann so auf Couch und ich dachte, okay, ich stehe gleich auf und dann mache ich kurz. Digga, ich habe mir Wecker gestellt. Ich bin nicht mehr aufgewacht. Ich bin um 15 Uhr danach aufgewacht. Scheiß Körper, ja man. Wir sind gerade übrigens live, Leute. Grüße an den Livestream Chat. Seid auf jeden Fall auch immer bei meinen Livestreams dabei. Die sind immer mega nice. Und ja, man. Auf jeden Fall habe ich jetzt verkackt. Ich kann mir den Frank Skin nie wieder, also ich weiß nicht, ob der nächstes Jahr in den Shop kommt, bestimmt, aber ich kann ihn mir auf jeden Fall nicht mehr holen. Er ist weg, Leute. Sehr belastend auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall auch Loot ziehen. Ich habe mega Bock, Leute. Kommt natürlich auch gerne in meinen Club rein. Ich muss kurz einen Platz freimachen und wir holen uns jetzt direkt den Brawl Pass. So. Und Leute, ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, mich auf Instagram zu abonnieren. Dort werdet ihr jetzt demnächst sehen, was, wie mein Auto, wie mein neues Auto aussieht, also mit der neuen Folie. Es wird geisteskrank. Unbedingt abonnieren und auf TikTok genauso. Ihr wisst Bescheid. Dort kommt auch Daily ganz viel Content. Also, let's go, Leute. Aktivieren. So. Wir machen den normalen. Wir werden den eh ganz normal bis zum Ende schaffen. So. Erstmal Power-Belohnung kann ich eh nur auf die beiden ballern. So, Digga. Und wir fangen jetzt an, Leute. Let's go. Ich kann so viel öffnen. Checkt es mal ab. Bis hier hin. Und dann kann ich unten auch noch alles öffnen. Bis Stufe 46, Digga. Brutal. Sehr nice. Habe ich hier noch irgendwas? Nee. So. Also, als allererstes Page Mike. Geiler Skin. Jetzt hätte ich nicht schon genug Dynamike-Skins. Guck mal bitte, wie viele Dynamike-Skins ich habe. Warte. Ja, okay. Geht. Geht. Ich dachte schon so einer mehr. Ja. Ist aber trotzdem blöd. Aber trotzdem auch geiler Skin. So. Let's go. Erste Megabox. Nein, stimmt. Ich muss ja... Ich muss erst Lou freischalten. Bin ich los. Nein. Ich ziehe jetzt Lou. Ich ziehe jetzt safe Lou. Oder? Nee, ich ziehe das Gadget vielleicht. Kann auch sein. Weiß ich nicht. Oder ich ziehe Lou. Das wäre krank. Eigentlich hätte ich ja Lou als erstes freischalten müssen, um sie dann mit Powerpunkten zu leveln. Aber, ihr wisst, die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt loot ziehe, ist viel, viel krasser, also viel, viel geringer, als bei einem legendären Brawler. Das wäre heftig, Digga. Ich bin gespannt. Drei, zwei, eins und... Was, Digga? Wie viel Luck kann man haben? Wie viel Luck kann man haben? Die Prozentchance war aber auch schon sehr hoch bei mir. Bei legendären Brawler war sie 0,7%. Das ist schon sehr viel. Ist schon sehr viel. Wir haben einfach Lou gezogen. Krank. Wie viel Luck, oder? Liege ich falsch, oder? Habe ich recht? Wir haben sie nicht mal freigeschaltet, Digga, eigentlich. Krank. What the fuck, Bro. Leute, lasst alle einen Like da. Abonniert alle meinen Kanal, wisst Bescheid. Okay. So, wir haben Lou. Geiles Ding. Guck mal. An die, die es jetzt nicht checken, ich hätte sie eigentlich hier freischalten müssen. Wir haben sie einfach gezogen, Digga. WTF? Wie viel Luck kann man haben? Wie viel Luck? Heftig. Sehr wild. Okay, nice, Digga. Jetzt können wir auf jeden Fall Lou. Brutal 11. Das hätten wir auch so machen können, aber let's go. Komm, wir ziehen jetzt durch. Gucken, ob wir sie schaffen zu maxen. Pin-Paket. Nope. Boah, ich dachte gerade, ich habe den Brewster-Sound gar nicht an. Boah, das wäre echt lost gewesen. Das wäre echt lost gewesen, Alter. So, nächste Mega-Box. Drei. Das Ding ist, ich muss jetzt eh erst mal ganz kurz Power-Punkte sammeln. Ein paar Stück auf jeden Fall noch. Und danach kurz leveln und dann die anderen, die restlichen Boxen aufmachen, damit wir hoffentlich Star-Powers und so ziehen. 20 Gems, korrekt. Dankeschön dafür. Ach, stimmt, Digga. Warte mal. Ich bin auch dumm, ey. Ich habe doch diese Dinger. Ich muss das eigentlich komplett nur erst mal machen. So. Aufentspannt, Bruder. Zack, zack. Hier 100. Machen wir für Lou. Ich werde auf jeden Fall jetzt auch einen Stream-Dick-Lou pushen. Also wird nice. Das ist schon für 70. Der Skin sieht geil aus. Den will ich auf jeden Fall unbedingt haben. Hier, letzten 200. Geben wir für Lou. So, Bruder. Jetzt leveln wir kurz beide, bis wohin es geht. Und gucken, ob wir dann schon Gadgets ziehen können. Also, Edgars Gadget haben wir ja schon, aber Lou. Und Byron. Byron können wir jetzt Star-Power ziehen. Wohin kriegen wir Lou gelevelt? Ich habe einen Stuhl für sieben. Oh, nice. Wir können das Gadget freischalten. Okay, nice. Wenigstens das. Okay, let's go, Leute. Weiter geht's. Gun Gadget, Bruder. Gun, aber ey, ich hätte schon anders luck. Ich hätte schon anders luck, dass ich Lou einfach so gezogen habe. Ich schwöre auf alles. Zu heftig. Komm. Geil, Bruder. Und an alle, lasst auf jeden Fall jetzt ein Abo da. Würde mich mega freuen, auf jeden Fall. Ehre geht raus. Nice. Nice. Guter Deal. Anstatt Lou, nicht mal eine Megabox haben die gegeben. Einfach eine Bigbox, Digga. Ey, das ist schon... Bruder, das ist schon echt sad. Ich hätte wenigstens eine Megabox machen können. So, jetzt eine Megabox. Einfach zwei, Bruder. Einfach zwei. Oh, 140. Okay, nice. Sauber. Und Christian Bro haut den 3-Euro-Sticker raus. Ehre. Dankeschön für den Support, Bruder. One level up. Ehre. So. Neuer Lou Skin. Äh, Lou Pin. Und jetzt tun wir das Geld. Geil. Okay, let's go. Drei, zwei, eins. Und... Sauber. Was ist Gadget? Lou errichtet ein Schild aus Eis, der ihn für eine Sekunde... Ach, das ist das Gadget? Boah, krank. Bruder. Wild. Sehr wild. So, warte mal. Ich kann Maxen. Ich kann nicht Star Wars ziehen, Digga. Hier noch nicht, aber komm. Jetzt gönnen, Bruder. Ich will Star Wars. Boah, kriege ich nur überhaupt gemaxed? Doch, kriege ich safe. Guck mal, jetzt wie viel kriegen wir? Ja, 200. Ja, okay. Ganz, ganz entspannt. Komm, da muss einfach eine 2 stehen. Da muss einfach nur eine 2 stehen, Digga. Okay. Sonst, Leute, ey, was geht bei euch? Was geht bei euch, ey? Ich hoffe, euch geht's gut auf jeden Fall. Nichts, Digga. Jetzt können wir sie maxen, warte. Unterstützer. Ah, Lou ist männlich. Okay. So. Okay, Digga. Weiter. Das sind jetzt alles die letzten Boxen, Freunde. Komm. Wir müssen beide Star Wars ziehen. Gönnen, Bruder. Jawohl, eine haben wir. Eine haben wir, Digga. Let's go. Nice. Nice, Bruder. Sehr wild. Sehr, sehr wild. Und, welche ziehen wir? Und? Okay, von Lou. Basierend darauf, wie sehr sie von Lous Angriffen eingefroren sind, verlieren Gegner bis zu 35% ihrer Nachleidung. Boah. Das ist wild. Das ist richtig wild. Krasse Star Power, Digga. Plus 400 Marken für Doppler. Auch auf korrekt. Dankeschön. Okay, so, komm. Oh, wir haben einen epischen Pin gezogen. Oder kriegt man den immer? Das check ich noch nicht ganz. Kriegt man hier einen normalen, also kann man hier einen normalen, bis seltenen, bis epischen Lou Pin bekommen? Oder kann man hier immer einen, also kriegt man hier immer einen epischen? Das weiß ich nicht. Schreib mal rein. So. Lou, das hier hätte ich auch übersehen gehabt. Okay, es wird knapp, Leute. Es wird knapp. Kriege ich jetzt, warte, was du kriegst, welchen kriege ich jetzt hier? Guck, ein grün. Ich glaub doch. Ich glaub, das ist... Glückssache. Also, Megabox. Komm, die letzte Megabox, Leute. Gönn jetzt die letzte Starport, dann hab ich alles erreicht, was ich in diesem Video erreichen wollte. Schade. Schade, Bro. Schade, Bro. Vielleicht jetzt in der Brawlbox, aber niemals. Okay. Ja, Leute. Okay. Das war's jetzt. Ich hab alles geöffnet, Bruder. Ich hab alles. Wie viel Münzen hab ich jetzt? Ich hab 35.000. Schmeckt auf jeden Fall. Da kann ich mir den ein oder anderen Gold-Skin mal wiederholen. Bullion-Gold wär auch schon wild, ne? Lol. Nee, okay, alles gut. Okay, ich war da verwirrt. Also, Leute. Ich bin dann sehr schön, dass ich das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben da lassen. Unbedingt die letzten Videos abchecken, Freunde. Klickt auf meinen Profilnamen jetzt hier und checkt die letzten Videos ab. Hört meine Broister-Songs. Ihr wisst Bescheid, Leute. Danke für 500.000 Videos auf TikTok. Das haben wir jetzt auch erreicht. Mit meinem Champion-Song. Geisteskrank. Wirklich geisteskrank. Danke für alles. Haut rein, Freunde. Bleibt stabil. Ciao, ciao.